Die Kaisertherme in Bad Abach bietet den Freizeit- und Kurgästen umfangreiche Angebote in den Bereichen Wellness, Gesundheit, Beauty und Freizeitspaß. Für ihr Wohlbefinden nutzen wir die heilenden Kräfte der Bad Abacher Heilquellen. Unser Wellnessbereich mit einer abwechslungsreichen Saunawelt bietet Entspannung für Körper und Geist. Unsere Physiotherapeuten und Masseure verwöhnen sie mit Wohlfühlbädern, Massagen, Natur-, Moor- und Schwefelbädern und helfen so Verspannungen und Entzündungen zu lindern. In der Sauerstoff-Sole-Kabine und der Salzgrotte können wir körperlichen Beschwerden wie Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen, Allergien sowie Haut- und Gefäßkrankheiten entgegenwirken. Kaisertherme – erholsam und gesund in Bad Abach.